Habt ihr es jetzt endlich, oder? Ja, jetzt rennt er einfach weg, super. Und ich wollte gerade die Aufnahme starten. Geile Sache. Jan? Okay. Also flüchtender Jan? So, das ist mir scheißegal, ich fange jetzt einfach an. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Restart zusammen mit Slushy Testdick, unserem altbekannten Goat Hunter und unserem Bilder Jan David, auch JD genannt. Also von unserem Server der Bilder. Ja, macht Sinn. Wir haben ihn eingeladen, um das Haus fertig zu bauen. Genau. Das Haus? Ja, das ist eine schöne Aufgabe. 15 Minuten, Zeit läuft. So, die Frage ist, was mach ich jetzt? Und was machst du? Und was machen wir anderen alle? Ich organisere ein bisschen Stein. Stein und Kohle und sowas. War derartigender. Armerholz. Dann guck ich auch mal nach einer Höhle. Und Slushy macht wieder Essen? Oder wie wollen wir das machen? Ja, 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 ja. Ich baue gerade Fenster in meinem Schlafzimmer. Und ich baue aus dem Haus eine schöne mittelalterliche Bauernhaus. Also, ich weiß nicht, wie das geht. Das kann ja lustig werden. Das kann wirklich lustig werden. Und dann kommt später Bean schon und reißt es wieder ab. Weil sie ganz was anderes geplant hatte. Gefällt mir nicht, doch. Ich bin so ein Idiot. Ich habe vergessen, die Facken zu machen. Schweine können wir töten, oder? Ja, klar. Wieso habe ich mir nicht erst ein Steinschwert gemacht? Ich bin auch ein Vollhorst heute wieder. Danke. Ich weiß. Das ist genau die Bestätigung, auf die ich seit Jahren hoffe. Jetzt hast du sie. Ich habe sie nie von meinen Eltern bekommen, dass ich ein Vollhorst bin. Aber jetzt kommst du, danke. Gerne gesehen. Also, ich habe gleich ein Stack. Holz. Oh, Holz. Ich habe ein Rohmholz. Ah, ich meine, so Holz kann man nie genug haben. Ne, Stein aber auch nicht. Das sind die beiden Grundressourcen, die man immer haben sollte. Oh, hier sind auf jeden Fall schon mal ganz viele Pferde. Oh, ich kann Pferd haben. Dafür müsste ich erstmal einen Sattel finden. Ich mache mal hier gleich noch eine Zuckerfarbe. Oh, irgendwie ist das bei mir ein bisschen am Ruckeln. Ich weiß nicht, wieso. Ach, ich bin nebenbei noch am Rindern. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Ja, weil ich ja noch Dings habe, wie GDA, was ich aufgenommen habe. Das ist gerade am Rindern. Ich kloppe noch ein paar Schafe für ein viertes Bett. Du misst aber noch genug Wolle, da ist es. Aber kloppe, du kannst es. Echt? In der Kiste ist immer noch Wolle, ja, ja. Ja, gut, aber ich meine, die geben ja auch Fleisch. Ja, ja, mach es doch ruhig weg, Schafe. Machen wir eh nie wieder. Nicht wirklich. Warum restart? Ich glaube, ich mache mir mal eine Fackel und lege mir die in der Zweithand. Deswegen, glaube ich, ein bisschen mehr Licht. Dann ist ein Zucker. Das ist ein bisschen Schatten. Für den Schatten. Und denk dran, du kriegst auch Fallschaden. Ja, weiß ich. Nicht sterben, bitte. Der ist echt ungünstig. Ich bin Jackman-Bahn-Profi. Genau. Oh, das haben schon viele gesagt. Das haben schon viele gesagt. Komm, ich bin XX, Skidder, PvP, XX. Ich war nicht fertig. Springen sie vom Teppich runter und brechen sich beide Beine. Oh Gott. Das sind dann die Jackman-Bahn-Profis. XX, ne? Oder Peter Maffei. Ja. Ich habe Eisen gefunden. Ja, der ist doch auch so klein, oder? Ich glaube. Wow. Der ist von der Teppichkante geschwungen und hat sich beide Beine gebrochen. Ey, Flo, ich suche Kohle. Was finde ich? Oh. Alles klar. Ich will Eisen. Ja, das ist doch noch besser. Weil ich habe noch einen halben Steck Kohle im Invent. Oh, Baby-Zombie. Alter, aua. Scheiße, ich habe richtig viel Eisen. Das ist doch nice. Oh, diese Baby-Zombie. Wo habe ich ihn lag? Ich glaube, ich komme erst mal... Yo, und jetzt geht mir auch noch mein Schwert kaputt. Perfekt. Wie viele sind die? Oh, Alter, Alter, ich bin gleich tot. Oh Gott, war das knapp. Ich laufe. Ja, Flo, lauf mal. Ich brauche mal noch ein... Ich muss gerade laufen. Oh, Skelett. Da vorne ist irgendwo ein Skelett. Ah, er schießt. Er schießt. Welche Überraschung? Oh, fuck. Oh Gott, oh Gott. Welche Überraschung, ein Soilett da schießt? So selten. Klar, ich habe überlebt. Oh, noch ein Baby-Zombie. Ja, aber. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Alter, warte, was ist denn los? Wir haben auch keine Zuflucht mehr, ne? Nee. Da ist aber irgendwo noch eine Tür in der Truhe. Ah, ich sehe es ja. Dann klatsch die mal da rein oder so. In der Keller. Die sterben ja nicht. Ach ja, der steht auf hart, der Server, ne? Ja, weiß ich. Die sind also dementsprechend, ähm, ein bisschen stärker, die Mobs. So, ich habe aber, ähm, ein bisschen was zu essen im nächsten Mal mitgebracht. Also, ich habe zumindest mal im Keller wieder eine Tür eingehängt. Okay. Ich habe, ähm, 18 Hammelkeulen und neun Schweines- Ich habe 18 Heisen. Dinger. Und da ist gerade ein Skelett, die spawned. Yay, welches Glück. Krass. Oh, da vorne sind zwei Creeper. Da muss ich genau zwischendurch. Oh, viel Spaß. Das wird ein Fiat. Und zwei Zombies und ne Spinne. Ein Leder. Und ich habe kein Schwert mehr. Ja, ich hatte auch nur so ein scheiß Holzschwert. Das ist ja auch ganz schlecht gewesen. Oh, da vorne sehe ich Goldhunter. Ah, hi. Der aber auch nicht in der Nähe von hier ist. Ach doch, da kommt der Freunde gerade übers Wasser geflitzt. Ja. Also, ich habe vier Bette drin stehen inzwischen. Er ist gerade, ähm, er ist ja gerade unterirdisch. Äh, ich habe, ich habe aber ein Problem, ich habe gerade keinen, ich habe gerade keinen In-Game-Sound. Das ist ein bisschen doof, glaube ich. Äh, ach, bin ich doof? So. Ne, auf die Frage will ich keine Antwort, das wisst ihr, ja? Wissen. Äh, Goldhunter, magst du zurückkommen? Da legen wir uns alle ins Bett. Ja, ich versuche es. Hm. Welche sind was für Nachrichten? Gut. Äh. Haben wir drin was zu essen? Wo sind die Betten denn? Im Haus. Äh, so irgendwo, äh, kann man im Hard-Mode eigentlich Essen regenerieren, also regelmäßig. Ja, ja. Hast du echt die Tür hier reingemacht und es ist noch alles komplett offen hier? Ich habe, nein, ich habe die Tür in den Keller gemacht. Ja, ja, deswegen, ich meine, die Betten müssen wir noch in den Keller stellen sollen, aber ist, ist, ist ja scheißegal, wir legen uns jetzt einfach hin. So, ich habe ja, mein Schlafzimmer ist ja zu. Ja, beeilt euch. Scheint, wenn ich gleich getötet oder so. Beeilt euch mit dem Hinlegen. Ach, wir warten auf Goldhunter. Bevor ihr mont... Nee, ich bin schon da. Nee. Wer fehlt denn? Auf JD. Der baut ja fröhlich weiter, anstatt sich ins Bett zu packen. Ja, das ist doch mal ins Bett, Junge, du bist bescheuert. Okay, ich komme ins Bett. Alter. Das Problem ist, dass da still da ist, man kann einfach nicht aufhören zu bauen. Das ist wie eine Sucht, Leute. Ich bin suchtkrank. Wir sagen seit einer Viertelstunde, geh ins Bett. Das kann nicht sein. Wenn Bienchen nicht da ist, um aufzupassen, ne? Danke. Ich habe ihn dann ins Bett geschickt, hier. Ich packe das Eis nicht mal in den Ofen, ne? Ich brauche ein bisschen Stein. Ich packe ein bisschen Fleisch in den Ofen, äh, in die Kiste. Äh, sechs Steine auf jeden Fall. Ja, ich packe dir 13 rein. Ach nee, halt, 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 halt. Alles gut, ich habe selber noch. Okay, fuckschiff, ich. Alles gut, ich habe mich gerade verkocht. So, da ist hier in dem Ofen das Eis drin. Ja, da hatte ich, ach so, gut. Ja, und in dem anderen ist Fleisch. Ich habe aber noch, deswegen gehe ich wieder. Jo. Ähm, so. Ich habe in der Aufnahme, hört man aber noch, ob mein Sound ist. Ist mega beschissen. So, ich brauche mir jetzt ne Steinspitzhacke. Oh Gott. Oh, die Steinspitzhacke, du. Ich bin in mein eigenes Loch gefangen. Wie ist das denn? Gottlöckchen. Was? Mach mich nicht schwach. Ich habe gerade mit zwei Herzen überlebt. Äh, warte, ich habe gerade mal zwei Herzen verloren. Ups, so rum. Gupf, genau. Ich habe jetzt mal mein eigenes, mein eigenes Bergwerk im Keller angefangen. Okay. Ich habe mir da alle hinrennt. Ja, ich, ich suche mir gleich noch, oh ne, warte, ich muss, dann nehme ich lieber nur achte, das reicht für den Anfang. Ähm, so. Alle wollen nicht, jetzt kommt der Kinn. Die Kinn haben wir auch. Ich packe mal hier noch ein bisschen Wolle rein. Eiche, nehme ich mir ein paar mit. Kohle schmeiße ich in den Ofen. Yay. In den Fleischofen. Gute Idee. Ich nehme mir acht, acht gebratene Fleische mit. Ich habe in der Kiste auch Fleisch, ne? In der Kiste ist es auch Fleisch. Aufruf, ruhig, ruhig. Ja, ich habe das Fleisch jetzt, ich habe das Fleisch jetzt erst mal in die Kiste bei den Öfen gepackt. Vorerst, so, jetzt gehe ich los und gucke noch, ob wir irgendwo Höhlen finden. Genau, spring ins Wasser, supi. Ich habe noch mehr Eisen gebräst. Perfekt. Hier ist voll viel Eisen, Flo. Ist ja schön. Voll viel Eichenholz, ich bin in ein paar Paradies. Oh Gott. Ich werde dich auf der Fall gewangen. Ein Schaf. Ach, bin ich doof? Fragen über Fragen. 42. Alles klar. Hier sind auch nicht wirklich viele Höhlen, ne? Hier war ich das letzte Mal, glaube ich, schon am Höhlen suchen, habe nichts ordentliches gefunden. Ich dachte, ich mache mal eine Karte ohne Höhle, das ist nicht immer sterbt. Ja, danke. Eine jugendfreie Karte ohne Gefahren. Oh, da vorne ist ein Creeper. Was macht denn ein Creeper hier? Den Garten sprengen. Oh, da vorne ist ein Creeper. Rage Creeper. Komm. Braucht ein XP und... Danke. So. Creeper wurde besiegt. Fortgeschrittenes Handversch. Alles klar. Gibt's auch ein Archiv, wenn das heißt, der Typ, der am meisten gebaut hat? Nee. Gibt's nicht. Das hab ich extra entfernt. Die Person, die mit 64 Eichenholztreppen im Inventar herumläuft. Ich hab keinen Plan, wo ich jetzt drauf zulaufe, aber ich lauf einfach mal, ne? Es war jetzt ein bisschen röd in der Aufnahme hier. Ich bin ja voll am Acken, was die Erfolge angeht. Okay. Was stehst du? Erfolge. Yay. Hey, ist wieder ab. Oh, ich hab Kühe gefunden. Ganz viele. Ich hab Eisen gefunden. Ich bin glücklich. Ähm, ich markier mir das hier mal auf der Map ungefähr, dass hier ganz viele Kühe sind. Ähm, so. Wegpunkte. Neuer Wegpunkt. Kühe. Am Ende sterb ich noch beim Bauunfall und... Boah, ich will wieder ausrasten. Äh, ja, dann war es auch die letzte Aufnahme mit dir. Ja, ich werde schon sterben. Ich werde schon sterben. Ich werde mal knallharte Regeln jetzt, ne? Und ganz viele Donkeys sind hier. Ey, es gibt hier keine Höhle. Das ist echt nicht wahr. Oh. Oh, ich hab dafür eine Schlucht gefunden. Alles klar. Läuft. Dann nehmen wir in der nächsten Folge Basta dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Ja, dann schmeiß mal Basta runter. Ja, dann schmeiß mal Basta runter. Darf ich nur runterschuppen? Nachdem wir die letzte drei Folge nur über ihn hatten. Alter, wie wir da eiskalt abgelästert haben, ne? Oh, ich glaube, Bienchen will gleich nicht mehr mit aufnehmen. Die hat nämlich gerade verlassen. Anscheinend. Ich schreibe es dir gleich nochmal an, wenn Slushy aufnimmt. Oh, ich habe auch noch ein bisschen Eisen gefunden. Ja, das stimmt. Nimm das doch mit. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ausnahmsweise. Ich sehe schon die Todesanzeige. Wirklich, was ich hier gerade mache, so riskant. Ich sneak mich hier gerade sowas von auf dem Dach herum. Ja, dann lass das doch, du Idiot. Nee. Mein Bilderdrang muss befriedigt werden. Klare Aussage, du Idiot. Alles klar. Oh, da vorne war ja noch mehr Eisen. Ich habe welcher Höhe bin ich jetzt eigentlich? Ich habe eine Höhle entdeckt. Auf welcher Höhe findet man nochmal Diamanten? Zehn bis elf meistens. Ich bin auf Höhe zehn. Ohne. Aber ich habe eine Höhle entdeckt. Direkt, wenn wir unseren Keller runtergehen. Jetzt such ich mal. Nice. So, ich habe ein bisschen Eisen. Ich versuche mal, die erst zu finden. Bis jetzt nur drei zum Stück. Und Kohle. Da habe ich hier auch alles. Ja, und das war es dann auch schon mit der tollen Schlucht hier. Die war auch nicht gerade wirklich tief, also. Oh, da ist noch Eisen. Alles klar. Ich höre Monster bei uns in der Höhle. Echt? Okay. Ich höre einfach nichts. Das ist voll mies. Okay, die ist wieder im TS, das Bienchen. Die Biene. Oh, so viel Kohle. Ja. Ich versuche Diamanten zu finden, aber ich finde keine. Das nimmt kein Ende. Das geht immer weiter mit der Kohle. Gott. Alter, noch mehr. So, können wir alle kurz weggucken? Ich mache eben X-Ray an. Ähm, ich habe bei mir noch ein X-Ray Texture Pack, glaube ich, drin irgendwo. Ach so. Du bist der Bug. Du, alter Schummel, du. Ja, ich, 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 ich habe das aber nicht für hier benutzt, sondern auf, auf... Nur auf unserem Server. ...Griefer Games. Nein, 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 auf... ...Griefer Games habe ich den benutzt immer. Also, sollte ich auf unseren Server kommen, wundert euch nicht, dass es keine Diamanten mehr gibt. Flo war da. Weil bei Griefer Games gibt es nämlich, ähm, geht X-Ray komischerweise nicht, also Adamod an sich, aber, ähm, X-Ray Texture Packs gehen auf, auf dem Server komischerweise. Ist, war ganz lustig. Also, wenn ich dafür nicht mal den Preis bekomme, das Dach des Jahres. Oh Gott, ich habe es, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Oh, aber ich glaube, ne, ich bin, ich bin schon so langsam über der Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das wird dann bei Slutschi sein. Gabt euch wohl und lasst einen Daumen da. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.